. Jetzt kommt die Hilfe dazu, ruhig ans Zeit, 26,9, die jetzt noch mal Gas geben, sind da 28,5, auf. Die Jungs waren ja gut, dass sie ein bisschen dahinter bleiben, man kann auch mal richtig Gas geben, das könnte der Weltbälle noch mal 55 werden, wenn er durchkommt. Auf 5 Sekunden, jetzt wird's eng, 53,54, Feuer! Verdammt doch mal, geil! 55,03, das im Einzel, hat er hier gewonnen, das ist 4 Hundertstel über seine eigenen Bestzeit, die er letzten Sommer, ganz ehrlich gesagt hat, wird einzeln eine halbe Sekunde, über eine halbe Sekunde sogar langsamer und jetzt hier alleine, vor dem Publikum, apropos vor dem Publikum, Könnt ihr was sehen von dir? Das ist doch eine wahres Leistung. Haben wir selber was zum Rind? Ich hab auf jeden Fall wirklich Spaß gemacht, hier wieder vor dem Publikum zu schwimmen, und super Stimmung, und vor allem mit meinem Bruder noch mal zusammen, mit David, das hat wirklich Spaß gemacht. Das finde ich aber auch, wenn jemand hier so schnell alleine in das Publikum kommt, das ist also, die halbe Sekunde geht auf jeden Fall ins Publikum. Danke Mare! Dankeschön!